Herzlich Willkommen Meryl Mendel, heute ein ganz besonderer Gast hier bei Radio Graswurzel-Revolution. Radio Graswurzel-Revolution, das ist die Bürgerfunksendung von der Zeitung Graswurzel-Revolution, also einer Monatszeitung für eine gewaltfreie und herrschaftlose Gesellschaft, die seit 1972 erscheint und hier in Münster ihr Redaktionsbüro hat. Ja, wir sind ganz gespannt auf das Interview heute und auch auf die Veranstaltung, die du gleich hier im Anschluss in der Bibelstin Humpel machen wirst. Und ich muss sagen, ich bin ganz begeistert von dem Buch. Ich finde das echt großartig. Also das Buch über Israel reden, was du jetzt geschrieben und rausgebracht hast, das ist glaube ich zu Recht auf der Bestsellerliste, glaube ich, auf Platz 1 momentan. Und ich finde, das ist auch schon eines der besten Sachbücher des Jahres, obwohl ich auch Kritik dran habe. Da komme ich ja vielleicht später nochmal drauf. Ich habe mir natürlich auch einige Interviews von dir angeguckt und Sendungen, unter anderem auch Jung und Naiv. Sehr langes Interview, vier Stunden, perfekt eigentlich. Aber da hast du auch ein bisschen erzählt über deine Zeit im Kiburz, wie du aufgewachsen bist in der Nähe von Tel Aviv. Nein, eigentlich in der Nägelwüste, also weit weg von Tel Aviv. Ja, okay. Aber gehört das nicht zum Regierungsbezirk? Nein, nein. Es steht in Wikipedia, dass ich in Ramadgan geboren wurde. Das hat nur damit zu tun, weil es da ein Krankenhaus gab. Ah, okay. Ich habe den Ramadgan niemals gelebt. Aber du hast, genau, bei dem Interview hast du so ein bisschen erzählt, dass du eigentlich so egalitär aufgewachsen bist im Kiburz. Und da ist leider jetzt nicht so weiter drauf eingegangen worden. Mich interessiert das natürlich brennend, weil ich ja eben Redakteur einer gewaltfrei anarchistischen Zeitung bin. Und die Kiburzbewegung, die ja ursprünglich eben aus einer anarchistischen Bewegung heraus entstanden ist, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann bis 1932 waren das ja fast alles anarchistische Kiburzien. Und da wollte ich dich halt fragen, wie du deine Kindheit da erlebt hast, wie du aufgewachsen bist. Und ja, und wie viel von diesem anarchistischen Geist, also herrschaftsfrei, egalitär, noch in den Kiburzen steckt heute? Ja, zum Allerersten, das muss man zwischen der Zeit, als ich in dem Kibbutz aufgewachsen bin, also nämlich Ende der 70er bis Ende der 80er Jahre war und der heutigen Zeit. Also die Kibbutzbewegung hat gerade in diesen 30 Jahren einen großen Wandelprozess durchgezogen. Also Wandelprozess von einer stark sozialistisch geprägten Lebensform hin zu kapitalistisch, kann man sagen, so ein bisschen abgemildeter kapitalistischer Format. So ging es auch mein Kibbutz, also ich sage mein Kibbutz, obwohl ich dort nicht mehr lebe, aber meine Eltern sind immer noch da. Heutzutage sind viele von diesen Lebensformen, die wir damals erlebt haben, nicht mehr existieren, immer noch, aber auch heutzutage werden keine Gehälter in der Form, wie wir das in der kapitalistischen Marktwirtschaft kennen, in Kibbutz verteilt, sondern es ist immer noch in dieser Hinsicht noch egalitär. Also der Fabrikleiter und Mitarbeiter oder Mitarbeiterin am Fließband bekommen genau das gleiche Gehalt. Ob das auch in fünf oder sechs Jahren Bestand hat, da würde ich das in große Fragezeichen versehen. Das ist zu der heutigen Situation. Zur damaligen Situation war es tatsächlich sehr stark egalitär reglementiert. Also ich tue mich mir ein bisschen schwer mit dem Anarchismus, weil es ist immer so die Frage, wie man Anarchismus definiert. Also es war keine Anarchie in der Kibbutz, wie man so in der Umgangssprache sagt. Es war so, aber insofern anarchistisch, dass die alle gleichwertig waren. Also da wurde sehr viel in der Kibbutzversammlung entschieden. An der Kibbutzversammlung nahmen alle Kibbutzmitglieder teil, also nicht wir als Kinder, sondern unsere Eltern. Also ab 18 Jahren, beziehungsweise eher ab 21 Jahren nach dem Militärdienst, konnte man sich als Kibbutzmitglied bewerben und aufgenommen werden. Und dann hat man eine gleichwertige Stimmberechtigung wie jemand, der vielleicht das Kibbutz mitgegründet hat. Und so versammelt man sich alle Kibbutzmitglieder am Samstagabend im Speisesaal. Und da wurde es von schwerwiegenden Entscheidungen, zum Beispiel wollen wir eine neue Fabrik aufbauen. Oder wie sollen wir dann die, was war so eine große Entscheidung, also ob das Geld wird eher für Bildung oder eher für Konsum ausgegeben. Das waren so die große Entscheidungen, aber es wurden auch so viele kleine Entscheidungen gemeinsam getroffen, ob ein Kibbutzmitglied, der will studieren und will Philosophie studieren. Also dann wird es abgestimmt, ob das so ist oder vielleicht lieber soll er Landwirtschaft studieren, weil das dem Bedarf des Kibbutz eher entsprechen. Also genau auch solche Sachen entschieden wurden. Über das hinaus war, gerade was mich betroffen hat, war die Kibbutzerziehung. Also wir sind in, also praktisch, die klassische Familie wurde nicht abgeschafft. Also natürlich jeder wusste, wer Mama und Papa sind, wer sind die Geschwister. Man hat sich auch jeden Tag getroffen. Das war aber in relativ kurzer Zeit, also von 16 Uhr bis 19.30 Uhr. Und die restliche Zeit hat man mit den Gleichaltrigen in der Peer-Gruppe verbracht. Nämlich wir hatten so die Kinderhäuser. Also das begann wirklich mit sehr früh an, wo man, also auch Babys, die in den Kinderhäusern oder in den Babyhäusern da geschlafen haben. Die Muttern sind in bestimmte Zeiten gekommen, um zu stillen. Und so war es, das war eigentlich der Alltag. Also eigentlich die Peer-Gruppe oder die Gleichaltrige hatten die gleiche Bedeutung oder sogar manchmal eine größere Bedeutung als die Eltern oder die Geschwister. Ja, so das ist skizziert. Und vielleicht noch das letzte Aspekt war die Arbeit immer ein ganz wichtiger Teil unserer Alltage. Also die körperliche Arbeit hat einen sehr hohen Stellungswert. Also man wurde weniger nach geistigen, intellektuellen Fähigkeiten, sondern wenn jemand loben wollte, dann hätte man sagen, ja, er ist ein fleißiger Arbeiter. Und wenn jemand ihn wiederum schlecht machen will, dann ist er ein Faulenzer. Das war das Schlimmste überhaupt. Und wir sind wirklich von früh auf in dieser Arbeitswelt. Heute würde man sagen Kinderarbeit, aber es war überhaupt nicht negativ konnotiert. Also man begann irgendwie ganz früh, also schon in der ersten, zweiten Klasse, in so einer kleinen Kinderzoo, die zu pflegen, aber sehr schnell integriert in den normalen Arbeitsbereich, in Kibbutz, wo man irgendwie am Anfang nur nach der Schule zwei, drei, vier Stunden da arbeitet. Und dann später hatten wir fünf Tage Schule und einen Tag Arbeitstag, wo wir ganz normal mit den Erwachsenen auf dem Feld gearbeitet haben, auf der Plantage, in der Hühnerstadt oder mit den Kunden. Also das war ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, und ich meine jetzt die aktuelle Situation in Israel ist ja, würde ich mal sagen, schon sehr krass. Wir haben auf der einen Seite natürlich große Massenbewegung, die jetzt auf der Straße ist, also auch 150.000 Leute, die gegen die rechtsextreme Regierung demonstrieren. Und auf der anderen Seite natürlich den Versuch der Netanjahu-Regierung, jetzt im Grunde die Demokratie de facto abzuschaffen. Also wie würdest du die momentane Situation beschreiben und wie siehst du da die Möglichkeiten auch von sozialen Bewegungen einerseits in Israel, aber eben auch hier? Wie können wir zum Beispiel unterstützen, die sozialen Bewegungen in Israel? Und welche Perspektiven siehst du da an Möglichkeiten? Gut, da habe ich jetzt sehr viele Fragen gestellt. Also erstmal zu der Situation vor Ort. Das ist tatsächlich die unbestritten am weit rechtesten Regierung, die es in der Geschichte Israel gab. Also Israel hat seit 1977 tendenziell eher recht, wenn man so wohlwollend sagen will, konservative Regierungen an die Macht, die schon die Prozesse, die wir jetzt in ihrer Gesamthäßlichkeit vor uns geführt werden, sind nicht aber Ende Dezember letztes Jahr angefangen. Also wir sind sehr viele Prozesse, die schon lange andauern, Radikalisierung, vor allem auch von religiösen, sowohl in der ultraorthodoxen Juden als auch bei den sogenannten Nationalreligiösen, was häufig als der Siedlerbewegung benannt wird. Diese Bevölkerungsgruppen, die tendenziell immer größer werden, aus dem einfachen Grund, dass sie einfach sehr viele Kinder haben. Also wir reden von knapp acht Kindern pro Familie und nicht erst seit gestern, sondern seit der Gründung des Staates. Und das sind, dass diese Bevölkerungsgruppen immer mehr nach rechts abgerückt haben und immer jetzt stehen sie ganz, ganz weit weg in dem rechten politischen Spektrum. Und die werden gerade die Siedlungsbewegung, die seit der 80er und 90er Jahre immer größer wurde, sie drängen auch in verschiedene Machtzentren in Israel, in der Militär, in der Verwaltung, natürlich in der Politik. Und die Fruchte dieser Entwicklung sind jetzt ganz deutlich zu sehen. Also wenn man sieht, die erste Regierung Israel unter David Ben-Gurion, da gab es in dem Gesamtkabinett zwei Minister, die Kippa getragen haben. Also konnte man so gemäßigte religiös waren, eine ganz andere Art von Religiosität, die wir heute empfinden. Heutzutage in dem Kabinett von Netanyahu sind drei Viertel des Kabinetts orthodoxe oder ultraorthodoxe. Also wir reden eigentlich von einer Regierung, der, wenn man so die einzelnen Kabinettminister schaut, ihr Wertekanon, Demokratie nicht unbedingt, um das so mild zu formulieren, nicht unbedingt zu deren Wertekanon gehört. Und sie haben gefragt, wie geht man damit um? Also ich meine, da ist immer so die Frage, wie man zu Israel steht. Also wenn man, also ich meine, kann man auch gleichgültig sein? Also ich meine, das gehört zu unserer Realität. Realität, ich bin, ich bedauere sehr, was in Südsudan passiert oder in Nagorno-Karabakh oder in vielen elenden Teilen dieses Globus. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich so gut wie nichts tue, um den Menschen dort zu helfen. Also von daher, es gibt kein Imperativ, man muss Israel unterstützen oder man muss die Demokratiebewegung in Israel Vorschub leisten. Also es ist, aber weil gerade in Deutschland diese Freundschaft zu Israel immer hochgehalten wird. Wir werden seit 2008, seitdem Merkel vor der Knessel gesprochen hat, dass Israel Sicherheit zur deutschen Staatsräson gehört. Kann man diesen Begriff auch kritisch betrachten, das tue ich auch sehr ausführlich im Buch. Aber wenn man das irgendwie ernst nehmen will, dann muss man auch gestehen, dass Israel heutzutage in einer existenziellen Krise befindet und nämlich, dass ihre Existenz auf der Kippe ist. Also je nachdem, natürlich, vielleicht hat Israel immer noch eine sehr starke Armee und kann Feinde von außen gut abwehren. Aber das ganze System, mindestens das demokratische System, auch mit Israel, war vermutlich nie eine reine liberale Demokratie. Aber die liberalen Teile in dieser Demokratie drohen komplett zu verschwinden. Und da, vor denjenigen, die sich als Freunde Israel definieren, gilt dann aus, also neu zu denken, wie kann man zu solcher Art von Israel ein Verhältnis bauen. An allererster Stelle unsere Politikerinnen und Politiker. Also wenn es so eine Art von Weiter-so geht, wir haben im März dieses Jahr gesehen, ein von den ersten Staatsmännern, die Benjamin Netanyahu zu einem Besuch eingeladen haben, war unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Eine Entscheidung, die nicht nur ich, sondern auch tausend israelische Intellektuelle, unter anderem der Schriftsteller David Grossmann, auf schärfsten kritisiert haben. Also insofern hat sich Scholz aufs Fenster gelenkt und fuhr Netanyahu, während beispielsweise der amerikanische Präsident Joe Biden ganz klar und deutlich gesagt hat, das tut er nicht. Also er lädt Netanyahu nicht nach Washington ein. Meine Interpretation daraus, das ist gerade diese Denkmuster, wir müssen auf der Seite Israel stehen, die Israelsicherheit ist Staatskerson und so weiter und so fort. Wir müssen auch zwingen oder unsere Politiker glauben, dass sie gezwungen werden, immer auf der Seite der israelischen Politik zu stehen. Aber wenn auf der Seite der israelischen Politik zu stehen bedeutet, der israelischen Gesellschaft und die demokratischen und liberalen Teile der israelischen Gesellschaft den Rücken zu fallen, das ist eine verheerende Politik. Ja, also als Zeitung Graswurzerevolutionen sind wir Teil der Royal Sisters International, also der internationalen Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner. Das sind so 90 Organisationen in 45 Ländern. In Israel sind wir halt zusammen ein Profile und wir haben aber auch Anarchist against the War unterstützt. Das heißt, wir gucken eigentlich immer, wo gibt es antimilitaristisch-emanzipatorische Gruppen und anarchistische Gruppen, die wir unterstützen können. Und in Israel gibt es ja schon auch eine relativ große Graswurzbewegung, also eine verschwisterte, also wir haben auch sehr gute Kontakte über Jahre gehabt in Israel. Auch sogar der Neffe von Netan Yahu hat ja auch den Kriegsgegner verweigert, ist dafür ins Gefängnis gekommen und haben damals eine Solli-Kampagne auch mit für ihn gemacht. Also es gibt ja schon auch eine große soziale Bewegung und auch eine Zivilgesellschaft, eine starke Zivilgesellschaft in Israel. Das sieht man ja auch gerade jetzt, wenn 150.000 Menschen in Israel auf der Straße sind. Das ist ja vergleichbar, als wenn jetzt hier 1,5 Millionen auf die Straße gehen. Das ist ja von der Bevölkerungszahl einfach enorm und einfach auch toll. Und welche Gruppen würdest du empfehlen, dass wir zum Beispiel als Zeitung Graswurzbewegung unterstützen? Wen können wir da unterstützen? Wen siehst du da als Teil der Zivilgesellschaft in Israel, der auch wirklich unterstützenswert wäre, also als emanzipatorische Bewegung und Gruppe oder so? Also natürlich an allererster Stelle würde ich sagen, gerade die Gruppen, die die Verbindung machen, also nicht nur für die Demokratie und für die liberale Rechte innerhalb von Kernland Israel, sondern diejenigen, die da auch darauf aufmerksam machen, dass die mehr als 55 Jahre andauernde Besatzung von der Westbank und das Verhältnis zu Gaza maßgeblich dafür beitragen, dass Israel so weit gekommen ist, so weit nach unten gekommen ist. Dieser Link ist auch in dieser großen und wirklich sehr beeindruckenden Protestbewegung noch relativ klein. Ich glaube, dass es gerade in Bewegung ist, also in vielen Gesprächen, die ich führe im Land, dann merke ich, dass ein gewisser Perspektivwechsel langsam ansetzt. Und man sieht auch in den Demonstrationen immer mehr Gruppen, die auf die Besatzung hinweisen. Wir haben auch von hier und von Wissenschaftlern aus den USA ein Schreiben verfasst unter dem Titel Der Elephant in the Room, wo wir gesagt haben, der Elefant im Raum ist die Besatzung. Also kann man nicht über den Zerfall der israelischen Demokratie reden, ohne gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass es Hand mit Hand geht mit der Besatzung. Und wenn man in den Protesten sieht, diese Slogan, die Besatzung besetzt uns, was diejenigen, die das sagen, meinen, dass gerade einmal die Tatsache, dass sehr viele junge Israelis in die Rolle versetzt werden, andere Menschen zu besetzen, in sehr vielen subtilen oder nicht subtilen Formen der Gewalt und Unterdruckung. Auf der anderen Seite, wir sehen auch, dass diese Siedlerbewegung, ich habe das schon vor kurz angerissen, so immer hungriger wird. Also konnte man denken, okay, sie sind auf der anderen Seite der grünen Linie, also in den palästinensischen Gebieten, die haben dort alle Privilegien, die kriegen sehr viel Geld und die werden sozusagen den Kern an Israel in Ruhe lassen. Das ist mitnichten so, sondern sie wollen alles, was die daran hindert, die absolute Apartheid dort umzusetzen, zu vernichten. An allererster Stelle ist das oberste Gericht. Also das oberste Gericht aus der Sicht der Siedler ist ein Hindernis, weitere palästinensische Länder auszurauben, weitere Siedlungen, noch weitere, also es werden immer nur weitere Siedlungen, aber noch mehr. Also Hungaria hat keine Grenzen und deswegen hat die, also die Speerspitze der Demokratie auszuhöhlen und die Justiz abzubauen, sind die Siedler. Also kurz gesagt, also ich denke, das muss man genau schauen, welche zivilgesellschaftlichen Organisationen gleichermaßen die Rettung der israelischen Demokratie und die Forderung zu Ende der Besatzung auf der Fahne geschrieben haben. Und hast du da noch Gruppen, die du empfehlen kannst oder die du gut empfehlen kannst? Also ich meine, ja, ich habe jede Menge, aber es ist natürlich, wenn ich jetzt fünf nenne, dann werde ich zehn nicht mehr nennen und das ist gemein. Also wenn ich noch spezifische, also ich, gut, ich komme aus der Pädagogik, das schlägt mein Herz. Und vielleicht sage ich, wo ich meine Spender, ich meine, so reich bin ich nicht, dass ich alle spende, die ich unterstützen will, aber ich habe mir eine Schule, nicht weit von meinem Geburtsort, in der Wüste, in der Stadt Beersheba, eine Grundschule, wo gleichermaßen palästinensische und jüdische Kinder da lernen. In jeder Schulklasse gibt es immer eine arabisch sprechende und hebräisch sprechende Lehrkraft. Und ich kenne die, ich begleite diese Schule seit einigen Jahren. Ich finde die Schulleiterin eine bewunderte Frau. Und da kann man sagen, das ist nicht ein sehr politisches, bräsantes Projekt, aber das fängt so wirklich bei diesen Grundschulkindern an. Und das ist vielleicht auch die Geschichte, die ich mir erzähle. Ich denke, wenn ich in der Schule laufe und ich sehe die Erstklässler, die gerade sechs sind, und ich denke, wenn sie in zwölf Jahren als 18-Jähriger, der eine ist als Soldat und der andere ist, dann auf der anderen Seite stehen, vielleicht werden sie anders handeln. Und deswegen ist es, mein Herz ist für dieses Projekt. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, du lebst ja seit 2001 in Deutschland, hast du ja hier in München auch weiter studiert, bist jetzt Professor in Frankfurt und Leiter des Anne-Franken-Zentrums. Und ja, was mich interessieren würde, ich meine, was du ja auch im Buch laufend schreibst, eigentlich ist so die Politik der AfD. Also wir planen jetzt für die November nochmal einen Schwerpunkt zur AfD. Dann wäre natürlich spannend, wenn du dazu ein bisschen deine Position nochmal erklärst und auch wie du die Politik der AfD siehst natürlich und auch ihr Verständnis von Antisemitismus. Und das, ja, im Buch, hey, stellst du das ja raus, aber die Hörerinnen und Hörer haben das Buch sicherlich noch nicht alle gelesen. Wer es noch nicht gelesen hat, sollte es tun, über Israel reden, für mehrere Mände in jedem guten Buchhandel eine Buchladung zu finden? Genau, da wird es tun. Ja, also die AfD in Israel. Also ich meine, die AfD geniert sich als die treuste und die beste Freundin, also die Partei, die in Amnesteten auf der Seite zu Israel steht. Beispielsweise, wir sind die wenigsten, dass der erste Beschlussentwurf zum Ausschluss der BDS von der AfD kam. Also die AfD hat einen Entwurf da gemacht und wurde abgelehnt, aber dann sahen sich die anderen Parteien dann in der Pflicht, was zu verfassen. Und so ist 2019 die Resolution, die BDS dann ausschließen will. Eine Resolution, die ich auch, das kann man im Buch nachlesen, warum ich diese Resolution sehr kritisch betrachte. Aber es ist natürlich interessant, dass sie einerseits angeblich total auf der Seite Israel schlagen. Und aus welchem Grund? Also zum einen, klar, das funktioniert wunderbar, also unter dem Motto mit Juden gegen Muslime. Also wir bekämpfen einen Semitismus, natürlich nicht den rechtsextremistischen Semitismus, nicht den Semitismus, der am weitesten verbreitet ist unter den Wählerinnen und Wählern der AfD, sondern ein Semitismus ist immer bei den anderen zu finden, nämlich bei den Muslimen, bei den Arabern. Und das ist eine Schiene und das ist auch die Grundlage, dass wir sehen, dass immer mehr Kooperationen entstehen zwischen der AfD und den Rechten in Israel. Wenn man 2020 der Sohn von Netanjahu, Jair Netanjahu, auf die Wahlplakaten der AfD gesehen hat, das ist kein Zufall. Also es ist eine laute BDS, er ist eine laute AfD-Unterstützer. Und man sagt in Israel, wenn man wissen will, was wirklich der Vater Netanjahu denkt, muss man einfach lesen, was sein Sohn sagt. Und das ist auch der Fall. Netanjahu wird das nicht laut sagen, aber lesen Sohn das tun. Und auch sieht man auch den Denkreisen. Also es ist in Israel vor einigen Monaten ein Buch von Eldad Beck erschienen. Eldad Beck ist der Korrespondenz der Hauszeitung von Netanjahu in Berlin. Ein Buch über die AfD, wo er dafür probiert, dass die israelische Politik viel, gerade die israelischen Rechte sollen sich hinwenden Richtung der AfD. Das ist sein Vorschlag. Und er sagt, das sind unsere wahre Freunde. Das Thema Semitismus, also bei denen kann man auch wegschauen. Geschichte, Holocaust, das ist alles. Das ist jetzt in unseren Hauptsäugen, sondern der Bild besteht darin, wir schauen nicht genau, was ihr über den Nationalsozialismus denkt und macht und ihr unterstützt uns, wenn wir gegen den Arabern sind. Ich glaube, wir haben jetzt leider nicht ganz viel Zeit, weil die drängeln die, glaube ich, schon ein bisschen. Aber ich hätte doch noch ein paar Fragen. Und zwar, du hast ja jetzt die Frage selber gestellt. Wird es jemals möglich sein, hier in Deutschland eine sachliche Debatte über Israel zu führen? Also ich denke, ich hätte mir nicht die Mühe gemacht, das Buch zu schreiben und darüber auch mit sehr vielen Leuten zu sprechen, weil ich denke, es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, vernünftig zu sprechen. Das bedeutet nicht, dass das bei allen wird, aber welche Debatte wird ausschließlich vernünftig geführt. Also leider geht es in die andere Richtung generell. Wo ich vor allem das Problem sehe, ist in der bundesdeutschen Politik. Da ist seit Merkel, also seit Merkel die Eckpfeilen gesetzt hat, traut sich kaum jemand in der Bundespolitik, das in Frage zu stellen oder das hinzufragen, was würde das bedeuten, angesichts der Änderung in Israel. Deswegen bin ich auch sehr oft mit Politikerinnen und Politiker im Gespräch und versuche da irgendwie noch mehr Mut, die Leute zu sprechen, weil es ist schon verheerend, wenn die Türen zu sind und kein Aufnahmegerät gibt. Man hört ganz andere Sachen, als wenn sie dann vor der Öffentlichkeit reden. Und das ist schon, kann man sagen, das ist vielleicht in vielen Themen so, aber ich denke, das in Bezug auf Israel hat auch verheerende Folgen. Ja, also im Buch beschreibst du ja auch sehr, sehr anschaulich einmal auch die verschiedenen linken Strömungen, also die Antideutschen und aber auch die Anti-Imps. Was aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz kommt, sind die Anarchistinnen und Anarchisten, die gewaltfreien Anarchisten haben eine ganz andere Position. Das heißt, wir unterstützen halt andere gewaltfreie anarchistische Gruppen oder eben so anti-militaristische Gruppen weltweit und haben natürlich einen ganz anderen, also wir sitzen sozusagen zwischen allen Stühlen. Das fehlte mir so ein bisschen im Buch, aber ansonsten finde ich die Analyse auch gerade der Anti-Imps und der Anti-Deutschen perfekt. Also das ist wirklich super gut zusammengefasst. Und ja, ich kann allen Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall wärmstens empfehlen, sich das Buch zu holen. Mir und Mendel, eine deutsche Debatte über Israel reden, weil Kip, Neuer und Witsch erschienen. Das Interview, das könnt ihr demnächst nachlesen in der Zeitung Graswurzer Revolution, und zwar in der November-Ausgabe Nummer 483. Und ja, ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag und wir können natürlich heute noch schöne Musik hören von dir, die du ausgesucht hast, deine Lieblingssongs, da freue ich mich auch drauf. Und danke, dass du gekommen bist und ich wünsche eine tolle Veranstaltung. Ich hab's zu danken, vielen Dank. Ja, danke. Super. Super.